Probleme gibt es immer. Nur Probleme braucht man nicht diskutieren, die muss man lösen. Und die anderen diskutieren ewig, anstatt sie zu lösen. Und wer Ihnen sagt, der hat ein großes Problem, dem sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Er sei ein ganz großer Versager. Jedes große Problem war klein und hätte es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Und deshalb sage ich, wir müssen im Prinzip entscheiden. Und deshalb sage ich Ihnen ganz offen, Fehler machen gehört zum Unternehmertum. Ich habe zig Fehler gemacht.